Was ist denn das? Ach die Terz Aber ich glaube Wer schreibe ich denn jetzt an? Nee, das kann nicht sein Das kann einfach nicht sein, dass wir Tiefer runter müssen Ich glaube das Ding verarscht uns richtig derbe Ich weiß nicht warum Sound Ich weiß echt nicht warum Aber ich fühle mich hier leicht verarscht Weil hier ist ja nun mal ein anderer Gang Hä? Okay, ich mache jetzt einfach mal fackeln da wo Da wo ich war Ne What the f- Wie ist denn bitte der Hexen-Nähter aufgebaut? Oder ich bin halt richtig scheiße gespawnt Aber ich würde Ne, hier ist frei Hier ist frei Ich sehe hier doch die Freiheit Jawohl So Weil dann würde ich aber Erstmal heimgehen nochmal Und meine Spitzhacke reparieren Wenn ich jetzt wüsste Wo der Hexen-Nähter hier Kann ich gleich ein bisschen Close-Down mitnehmen So Und dann bin ich mal gespannt Was der restliche Nähter Sonst darauf Oder Zu Für uns hat So Aber was sicher ist Hier kann Hier kann zum Beispiel Kein Gast uns abschießen Oder was ähnliches Was ich so bemerk Ich bin eigentlich bei Hexen Nur am fressen Das kommt mir irgendwas so vor Oh Ich nehme aber Hexen immer so auf Dass ich auch irgendwie Nur am Essen bin Habe ich so das Gefühl Ich weiß nicht warum Aber ich habe das Gefühl So Ähm Das brauchen wir noch alles Ich glaube das da brauchen wir Eher nicht mehr Jetzt muss ich mal kurz gucken Wie viel das kostet Hier meine Dings zu reparieren 14 Um nur 1 Puh Muss hier jetzt ein bisschen Unter weh Ein bisschen auf Auf Tour gehen Da ist schon mal der erste Zombie Naja Ich bräuchte vielleicht Nur mal einen Turm Jetzt so ein Turm Zwischendurch Wäre vielleicht Nicht schlecht Habe ich da überhaupt Habe ich keine Haltbarkeit Keine Haltbarkeit Dingsbums drauf Ähm mal gucken Ob ich hier einen Turm sehe In der Tat Und zwar hier Shit Habe ich alles versaut Mit Schokolade Intrum haben wir Fertig Kann ich Eigentlich auch wieder löschen Entfernen Ah Da ist noch ein Turm Mittendrin Ja stimmt Das war ja der Und ich würde einfach Einfach sagen Dass wir jetzt Dahin gehen Ich habe jetzt Da aber keinen Punkt Gesetzt Oder Ne Wie Wie setze ich Nur meinen Punkt Ah B Fuh Ah Rechts Okay Äh Turm Oh Blablabla So Okay Ja Jetzt sehe ich Ähm Okay Ähm Die Diamantel Lass ich auf jeden Fall da Und dann nehme ich hier einfach die zwei großen Backpacks mit So So Die kann ich glaube zusammenfügen So Ähm Sonst habe ich glaube alles dabei Ein Boot wäre nicht schlecht Booth Die jenischen Möken trifft Fleisch Na Ah Jetzt bin ich vorbereitet ich habe 6 3 bei denen nicht so viel in die richtung und müssen wir post los geht's und 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 wir fahren natürlich anständig und zwar irgendwie jetzt durch die pamba hier durch ach du scheiße wie sollen das gehen kann ich die eigentlich nicht durchfahren die mache ich kaputt so kann ich dir das land das land das land und bei mir lädt ihr nicht doch jetzt denken sich sogar zwei türme alter leg der mann das ist scheiße wenn die welt nicht nachlägt wie komme ich jetzt am besten hin am besten irgendwie so und dann hier parken irgendwie so wunderbar so okay zwei türme nebeneinander ich glaube auch eher was seltenes gleich kommen da rein und erst mal vergiftet okay das dauert jetzt einiges länger die abzubauen so was ist hier wieder baumaterial und ach lecken doch die eier hier geht es nicht weiter würde ich da durch passen auch die doch noch ein paar vertreten gleich die 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 so er macht fertig richtig so was ist das letztes Mal und das auch erstmal so